Kurzer Disclaimer, ich werde gleich diese Boxen hier aufmachen. Das sind die von Tulane Community College und The Academic, plus ein bisschen Stuff. Ganz viel davon ist von Jamjanic und ich werde auch hin und wieder mal über Jamjanic reden. Ich habe mit Jamjanic nichts zu tun, im Sinne von, das Video ist nicht von denen gesponsert. Oder auch nicht vom Prof, logischerweise. Ich wollte das nur schon mal gesagt haben, das Video ist vollkommen neutral, wie alle meine Reviews. Maximal lasse ich mir die Produkte zuschicken, damit ich mir die angucke, aber ich lasse mich dafür nicht bezahlen oder sonstiges. Deswegen, alles soweit, wie immer. Wie immer. So Leute, da sind wir beim nächsten Review, würde ich sagen. Bleck gezeigt. Ich durfte, danke schön, einmal die Academic auspacken. Und zwar zwei Stück, plus eine Menge Stuff drumherum. Ich würde sagen, wir fangen mit Academic an. Das ist ja das, was die ganzen Leute interessiert. Wir haben hier zwei verschiedene Versionen. Wir haben die Limited 2000 Edition Early Bird und die Purple Black. Fangen wir mit der Early Bird an. Fangen wir mit der Early Bird an. Tun wir die mal beiseite. Und fangen wir an. Das heißt, wir machen so, uh, 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 uh. Also, man kann ja sagen, was so, die Verpackung ist, 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 ist wirklich der, der wirkliche, wirkliche Shit vom Jamjanic gemacht. Ganz kurzer Disclaimer am Anfang. Mir ist bewusst, und das habe ich auch schon mehrfach gesagt, dass Jamjanic dieselbe Box in, in Größe schon, schon lange auf dem Markt hat. Ähm, und, äh, dass da ganz viel Marketing gemacht wurde mit, öh, ich habe eine Box erstellt, und das ist seit vier, drei, vier Jahren ist die Box schon auf dem Markt. In Größe, 450 plus, glaube ich. Ähm, ja, ist halt so. Ähm, ich finde es persönlich nicht so schlimm. Ich finde es ein bisschen nervig, wenn Leute sagen, ich habe das erfunden, und dann haben sie es nicht erfunden. Aber, ähm, ich verstehe es, und ich finde es gut, und dadurch, dass ich weiß, dass hier sehr, sehr viel auch, äh, 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 mit, mit dem man zusammengearbeitet wird, und der das sehr, sehr, sehr verdient hat, und gerade der man, äh, auch wenn er oftmals in der Kritik steht, sehr viel einfach für die Community tut. Und, also für uns als Connect Creator und für die Magic Community, ähm, finde ich das nicht schlimm, und bin da auch vollkommen bei den Leuten. So, gucken wir mal rein. Wir haben Start Your Own Journey. Mir geht hier langsam der Platz aus, wie man auch sieht. Und, uh, oh mein Gott, was ist das denn für Material? Wir haben, thank you for your support, the professor. Ich will gleich mal gucken, ob das wirklich unterschrieben ist. Ähm, was haben wir noch hier drin? Äh, okay. Erstmal die Box. Meine Seite, gucken wir gleich an. Und, ne, inlay. Unter dem inlay noch irgendwas? Nö, was steht da drin? Pick me up, your next adventure begins. You, äh, was? Your Achievement Rewards. Ach, das sind Achievement Rewards. Ja, cool. Und man kann das Ding halt komplett auseinandernehmen. Wenn ich gerade merke, weil es mir auseinanderfällt. Ähm, ja. Das ist die Verpackung. Gucken wir uns die Deckbox an. Die Deckbox hat ein sehr, sehr spannendes Material. Ich habe am Anfang gedacht, das wäre so ein ähnliches Material wie auch das Xenoskin. Also, wer es nicht weiß, äh, Gemgenic und, und Ultimate Guard, ähm, haben eine gemeinsame Vergangenheit. Zumindest ein Stück weit. Und auch das Material ist eigentlich immer relativ gleich gewesen. Das hier ist ein... Also, ich habe Angst, dass das sehr schnell sehr dreckig wird. Wenn ich das hier oben schon sehe, gefühlt Staub schon eingebrannt. Man sieht sogar mit Mega-Latschen. Entschuldigung. Das Material ist, es fühlt sich geil an. Es fühlt sich richtig gut an. Auch hier das mit dem Eingebrannten finde ich mega. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass sich das sehr abkrabbelt, das Material. Unten ist so ein Stitch. Für alle Leute, die es nicht wissen, das ist vollkommen normal. Das darf passieren. Das ist da, wo der neue Faden angesetzt wird. Das kann man auch seitlich irgendwo machen. Aber irgendwo wird man es immer sehen. Deshalb Leute sich darüber beschweren. Ja. Lernt erstmal, wie Deckboxen funktionieren. Dankeschön. Und wir haben jetzt zwei Openings. Hier mit den Nöppelchen. Und hier einmal von dem guten Professor die Unterschrift. Von dem guten Brian. Und dann gucken wir mal an, was wir hier drin haben. Wir können, soweit ich weiß, diese auch hier dran machen. Und dann hängt sie auch unten dran. Was schon mal ganz gut ist. Das funktionierte bei anderen Boxen teilweise nicht. Dann haben wir hier Peel Off. Ah, das ist eine Plastikscheibe, die man halt hier einsetzen kann, um halt Sideboard und Ähnliches oder Token da hinten rein zu tun. Es ist ja eigentlich eine Commander-Box. Ihr wisst, Commander ist nicht so meins. Dementsprechend rede ich auch viel mit anderen Formaten. Und für andere Formate ist diese Box gänzlich ungereignet. Commander. Wenn ihr Commander spielt, ist das eine sehr, sehr coole Box. Wir haben das Inlay. Es fühlt sich richtig gut an. Das Inlay ist wirklich schön, auch vom Material her. Wir haben hier so kleine Löcher zum Zugreifen, wie das Commander-Deck auch greifbar ist. Das finde ich ganz gut. Wir haben, spannend, genau hier die Aufbewahrung an der Seite. Wenn wir die nicht haben wollen, die diese Trennung hier, aber diese Scheibe mitnehmen wollen. Genau, dann haben wir... Och, das hat so viele Features, das Ding, das weiß ich noch. Dann haben wir hier vorne eine kleine Lasche, die man aufmachen kann für... Also hier oben noch Dice Tray. Dice Tray hat das Feature, da kann man Würfel reintun. Und soweit ich weiß, ich probiere das mal geradeaus, es lief die Karten. Auch nicht so irrelevant. Dann haben wir kleine Trays, die hier auch öffnen und die man dann rausziehen kann. Das heißt, wir können die entweder nur öffnen, um da irgendwie dran zu kommen, oder wir können sie eben komplett rausziehen. Wenn wir jetzt da auch wieder einen Stapel Tokens, gesleevede Tokens dran haben oder Tauschkarten und da dran kommen wollen, ist es halt teilweise echt ein bisschen schnifflig. Deshalb hier öffnen, drunter greifen, easy drunter. Die finde ich wirklich cool, die Funktion. Die mag ich wirklich, die finde ich wirklich, wirklich gut. Sollten sich andere Hersteller auch anschauen bei ihren Dice Trays. Auch hier unten mit so einer kleinen... Ah, gucken wir mal, ich kriege hier mit so einer kleinen Ding, dass man drunter greifen kann. Wirklich, wirklich cool. Die Innovationen, die hier drin sind, sind für eine normale Deckbox immens. Wirklich immens. Und das selbe Prinzip. Auch hier wieder rausziehbar. Dasselbe Tray. Und wie gesagt, hier oben noch das Würfeltray. Das kann man... Warum... Kann man das raus? Das kann man doch nicht rausnehmen. Das kann man nicht rausnehmen, aber es hat trotzdem hier so ein... Ah, das ist hier zum Runterklappen. Deswegen hat das hier so eine... Ach, es sind so viele Kleinigkeiten, die hier drin sind, die so großartig sind. Und ja, das ist im Endeffekt die Box. Das heißt, ihr habt euer Commander Deck. Zusatzkarten, Token. Ich muss mir grad was holen. Was ich testen wollte, ist, ob die hier da reingehen. Diese Riesenkommande. Nein. 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 Die funktionieren leider nicht. Ich muss noch was anderes holen. So, das sind jetzt Vanguard-Karten, aber die Plane-Chase-Karten haben dieselbe Größe und es geht mir halt um die Plane-Chase-Karten. Weil wenn ihr jetzt... Ah... Schade. Schade. Weil wenn man jetzt hier noch sein Plane-Chase-Deck mitnehmen könnte... Weil, wer es nicht weiß, in Mom wird es Plane-Chase-Karten zum Beispiel geben. Und ich finde Plane-Chase oder auch... Ja, hier. Vanguard. Ein sehr, sehr cooles Commander-Format zum Add-on. Und wenn man einfach mal so einen Stapel Plane-Chase-Karten dabei haben könnte... Warum nicht? Fände ich cool. Geht leider nicht. Ansonsten, genau, habt ihr Würfel dabei, ihr habt Token dabei, richtig krasse Box. Also ich kenne so viele Leute, die einfach eine eigene Deckbox für Token dabei haben. Das brauchst du hier halt dann nicht mehr. Und... Ja, also für eine... Wenn man gerade so jemand ist wie ich, der mit Odotai zum Beispiel nur ein Commander-Deck hat... Ist das, glaube ich, ein wirklich, wirklich geiles Teil. Wenn jetzt einer mit 20, 30 Commander-Decks... Also entweder 20, 30 von diesen Trays... Und hat die alle befüllt... Was ich sehr beeindruckend fände. Bitte, bitte lad mich mal ein bei dir zu Hause. Danke. Oder man hat halt dieses... Okay, wir packen ein Deck für den Abend rein. Und das zocken wir bis zu mir im Brechen. Ja. Aber an sich eine sehr, sehr, sehr schöne Deckbox. Zwei Deckboxen halt in einem. Material, wie gesagt. Ich mach mir bei dem Material ein bisschen Sorgen. Gucken wir uns nochmal hier die... Die Kartentrenner, oder was sind das? Oder sind das Token? Für Kartentrenner sind sie, glaube ich, zu klein. Ich hab da ja nicht so... Die Kickstarter-Goals und so weiter ja nicht so verfolgt, tatsächlich. Okay, das ist ein schreibbares. Das sieht man... Warte, warte. Kriege ich es ins Licht? Kriege ich es ins Licht? Gehe ich ins Licht? Doch, geh ins Licht, bitte. Da. Das ist so ein beschreibbares Folien für Tag und Nacht. Sehr, sehr cool. Mehrfolgtoken. Natürlich sind es Mehrfolgtoken. Treasure. Oh mein Gott, sind die hübsch. Die sind voll. What? Mein Gott, sind die hübsch. Die sind wirklich hübsch. Fuck. Ja, ganz, ganz cool. Ich tu sie mal hier oben mit rein, dann kann man sie direkt angucken. Und soviel zur ersten Box. Kommen wir zur zweiten Box. Die zweite ist die Black & Purple Kickstarter-Exclusive. Auch die gibt es nur mit Kickstarter. Es wurde aber schon angekündigt, dass dieses Design, dieses 133-Karten-Deckbox-Design auch von Gemgenics so mal vertrieben wird. Und hier oben haben wir schon wieder Achievements. Gucken, ob die dasselben sind, dieselben Tokens. Die sind sogar nummeriert. Gucken wir gleich rein. Und auch hier wieder dieses Material. Und hier sieht man schon so ein bisschen, wenn man ein bisschen nicht teilen kann. Hier oben dieser Stream. Das Material macht mir ein bisschen Sorgen, tatsächlich. Aber dann auch hier wieder das Schöne mit dem leichten Leder hinten dran. Oder was das ist. Kunstleder. Das ist echt hübsch. Dann öffnen wir das. Das Material sieht man wirklich, dass das spannend wird. Und hier haben wir das jetzt in Golden drin. Ohne Unterschrift. Ohne irgendwelche Nummerierung oder sonst was. Und das Ganze nochmal. Dieselbe Deckbox. Dieselben Features. Mit der Stange dazwischen. Der Öffnung für die verschiedenen kleinen Trays. Und halt in Schwarz und Lila. Auch sehr, sehr hübsch. Muss man sagen. Wirklich sehr, sehr hübsch. Mal gucken, ob das hier auch die Tokens sind. Und es sind Mehrfolg Tokens und Treasure Tokens. Auch in dem Feuling. Das wollte ich jetzt gerade wissen. Ob man diese Feuling. Da hat man es kurz gesehen. Dieses Feuling nur in dem Premium-Ding kriegt. Oder auch im Normalen. Aber kriegt man auch im Normalen. Was ich sehr cool finde. Klappe zu. Ab und tot. Gucken wir mal an, was wir dort so haben. Wir haben noch Goodies von Gemgenic und Tolerian. Auf der einen Seite haben wir diese wunderschönen Token. Die finde ich wirklich, wirklich cool. Ich muss die nachher wieder da reinkriegen. In die Tüte. Wir haben hier lustige Tokens mit dem Symbol drauf. In einem echt schönen Shape. Und damit Plus 3, Plus 3 zum Beispiel. Oder Minus 1, Minus 1. Die sind durchsichtig, die Minusmarken. Jawohl. Davon sind nur vier Stück drin. Das finde ich großartig. Wenn man so Würfel zum Beispiel nutzt. Oder andere Marker kauft. Sind da immer so 50, 50. 50% plus 50% Minusmarken. Das ist Müll. Das ist einfach Müll. Niemand braucht so viele Minusmarken. Selbst die Infact- bzw. Toxic heißt es. Toxic-Spieler brauchen nicht so viele Minusmarken. Und ja. Ihr habt jetzt verschiedene Chips. Die halt verschiedene Stärken haben. Also Plus 4, Plus 4, Plus 3, Plus 3, Plus 5, Plus 5. Das finde ich ganz sinnvoll. Das finde ich cool. Die sehen auch cool aus. Die fühlen sich gut an. Auch von der Qualität her. Ha. Gutes, gutes, gutes Feeling. Dann haben wir hier einen Live-Counter. Der Double-Live-Counter. Finde ich ganz interessant. Die gibt es von Jamigenic schon seit, boah. Ganz, ganz lange. Und ich finde es cool, dass sie hier nochmal den rausgebracht haben. Mit einem sehr, 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 sehr schönen Artwork. Wenn ihr mich fragt. Die gibt es auch mit verschiedenen anderen Artworks. Und damit kann man halt die... Oh, oh. Ja, okay. Der ist wirklich sehr schwergängig. Auf der anderen Seite der Vorteil, wer da schwergängig ist, ist natürlich, dass ihr den nicht zufällig verdrängen könnt. Aber gerade die vordere Zahl ist echt, echt fies, schwergängig. Krass. Aber ja. Von Jamigenic. Die Dinger gibt es auch in verschiedenen anderen Sachen. Die sind nicht schlecht. Ich persönlich nutze die halt nicht so gerne. Aber es ist hübsch. Es ist hübsch. Und damit akzeptabel. Die sind auch gar nicht so teuer, die Teile. Und dann haben wir noch ein Seismorph-Diviner. Dieser Seismorph-Diviner, da muss ich gleich nochmal die Box rausholen, ist für diese Box. Und das ist eine Erfindung, die ich sage, das hätte ich ganz gerne auch für in anderen Dicken, in anderen Möglichkeiten. Für ganz viele andere. Und oh mein Gott. Der Schaumstoff fühlt sich so komisch an. Das ist derselbe Schaumstoff, by the way. Der auch so eine Schallschutzwand oder sowas. Wenn ihr sowas kennt, diese Dreiecke und so weiter. Ähnliches Material. Und es ist immer wieder schön widerlich. Aber ja. Ist im Endeffekt nur so ein Sponge, der halt so eine Möglichkeit hat, ein bisschen eingedrückt zu werden für verschiedene Sachen. Weil damit könnt ihr diesen Bereich, den ich gerade eben gesagt habe, hey, das ist ja für Commander Deck ganz nett. Oder zum Beispiel, also jetzt dürfte es auch für ein normales Deck. Wenn ich hier zum Beispiel mein Pioneer Deck nehme. Das ist immer noch viel zu klein. Ja? Ja. Was ich mit normalem Deck meine, ist ein Single-Sleeved Deck. Weil Single- und Double-Sleeved nehmen sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Spaces mit ein. Und ja. Damit habt ihr einfach ein bisschen Möglichkeit, ein bisschen Platz zu haben. Ich weiß, ihr habt drauf gewartet. Ich hole mal mein Commander Deck. So, ich habe jetzt hier mein Double-Sleeved Commander Deck mit tatsächlich Dragonschild-Hüllen. Und wenn ich das hier einsetze, passt das sehr, sehr, sehr genau in diese Box. Ohne Token, ohne alles. Dann kann ich halt hier noch die Token dran machen oder drauflegen, wenn ich halt nur dieses Ding haben möchte. Aber man kann natürlich auch sagen, okay, man hat das Getrippel-Sleeved. Dafür ist auch ein bisschen Platz mit drin. Deshalb da noch dran. Plus, die sind nicht die dicksten Sleeves. Es gibt noch wesentlich dickere Sleeves. Und hier würde dann dieser Sponge dafür sorgen, dass es halt, je nachdem, ein bisschen sich eindrückt. Und es trotzdem stramm sitzt, sodass es nicht hin und her wackelt, wie wenn ich die Box jetzt so benutzen würde. Das ist genial. Das hätte ich gerne öfter von verschiedenen Herstellern. Und wenn es Jamjanic ist, dann bitte einfach auf den Markt werfen. Weil das kann man auch für andere Sachen benutzen. Beispiel für solche Deckboxen. Für so. Ja. Die sind relativ eng. Die kriegt man da genau rein. Würde super passen. Sponge. Großartig. Token. Großartig. Live-Counter. Ganz okay. Box. Ziemlich, ziemlich gut. Ich bin gespannt, was passiert, wenn sie auf den normalen Markt kommt, das nicht als Kickstarter drauf ist. Und ja. Also das ist ziemlich großartig. Also ich bin von der Box, wie gesagt, das Material außen. Das macht mir Sorgen. Und ich hätte ganz gerne, dass die irgendwie ein bisschen tiefer sind, sodass ich die hier besser abkriege. Also ein paar Kleinigkeiten gibt es noch. Ein paar Kleinigkeiten gibt es noch. Aber es wird ja wohl nicht die letzte Box gewesen sein, denke ich mal. So erfolgreich wie die Box war, gehe ich mal davon aus, dass diese Kooperation noch einmal auf uns zukommt. Und wir da nochmal einiges von hören werden, denke ich. Ja. Ist hier eigentlich auch... Nee. Okay, schade. Weil auf manchen Jamjanic drucken... Ja, ich war mein Commander-Dick. Da fällt noch mehr von meinem Commander-Dick. Und weg ist es. Auf manchen Jamjanic-Produkten steht ja noch drauf, wie der Prof die bewertet hat. Auf den hier leider nicht. Wahrscheinlich, weil er seine eigenen Produkte nicht bewerten wollte. Was ich verstehen kann. Was ich wirklich, wirklich verstehen kann. Ja. Dementsprechend nochmal, nochmal vielen Dank, dass ich mir das angucken konnte. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, da oben nach oben. Wenn ihr euch die auch mal bestellen wollt, wenn ihr sagt, ich habe den Kickstarter verpasst und sonst was. Keine Sorge. Wie gesagt, die sollen in den normalen Markt kommen. Wenn es euch interessiert, könnt ihr den ja schauen. Ich werde wahrscheinlich irgendwo mal auf Instagram oder auf Twitter irgendwie bestimmt mal einen Post machen, wo dann drin steht, die sind jetzt verfügbar. Und ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin.